Testosteron 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 Ist das der Libidoretter für manche lustlose Frau jenseits der 50? Da sage ich eindeutig Jein. Sicher braucht man Testosteron für die Muskulatur fürs Hirn, für Körperfunktion insbesondere die Sexualität aber wenn zum Beispiel Menschen in meinem Alter sich frisch verlieben dann geht bei denen die erotische Post ganz von alleine ab Es ist wichtig ehrlich zu schauen, ob es andere Gründe für ein Prachtliegen des Liebeslebens gibt Alltagsstress Beziehungsstress Krankheit, keine Paarzeit Wenn da aber alles okay ist, dann macht es Sinn Testosteron einfach mal auszuprobieren dann geschieht vielleicht ein Wunder Wenn du Rat brauchst und vielleicht ein Rezept Wende dich an mich Untertitelung. BR 2018